Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Satisfactory. Wenn es mir hier stehen blieben, als wir gerade das hier am Produzieren waren, sag ich mal so, oder am Aufbauen waren, das soll die Produktionskette dafür sein, dass ich, äh, ja, die zweite Sache der Space-Elevator-Phase fertig habe. Und ich gucke etwas blöd aus der Wäsche, weil ich brauche Radio-Control-Units ordentlich und ich brauche Motoren ordentlich. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich, damit ich 1000 kriege, nochmal gucken, wie viel ich produziere hier gerade aktuell, Einen. Bei 4 sind das 4. Ja. Warte, wie viel benötige ich? Das ist die bessere Frage. Zwei Tobe-Motoren. Also, 4 mal 2 sind 8. Ich stelle 6 her. Das geht nicht ganz auf, aber immerhin. Was viel wichtiger ist, habe ich denn schon... Nein, habe ich noch nicht. Wir sind finanziell. Westphouse-Leistin. Ausfahin. Ich stelle 6. Was ist die Schiff-Hast? Ja, was ist die Schiff-Hast? Ich stehe. Ich bin nicht über musste, aber ich bin gerade schon mal, ich bin nicht mehr, ich bin sicher und ich bin nicht mehr, ich bin genau ein bisschen die Schiff-Hast. Blup. Blup, 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 Blup. Blup, Blup, Blup. Blup, Blup. 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 und du 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 und wo ist glitz und wo ist glitz so hi rotoren stufe 1 ist erstmal rotoren dafür brauche ich einen sampler und der produziert mir rotoren und zwar 3 genau so das nächste ist dann elektromagnet control dinger die werden auch im assembler produziert apropos rotoren wir brauchen welche so 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 Ich baue das jetzt rückwärts auf bis zu der Ressource natürlich, ne, Leute? Damit ihr es wisst. Aber der ist Rotorngenau, der macht mir die Magnetdinger. So, Radio Control Unit. Wird wieder in einer Manufactory hergestellt. Ich muss das hier nochmal umstellen. Gut, dass ich den Plan vorher mache. So, manfactory. 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 Dann stelle ich tatsächlich auch im Assembler wiederum her. So, manfactory. Um... Das machen wir temporär einfach hier hin. Warte, ich guck erstmal, ob das ... Ah, wusste ich doch. Genau, jetzt können wir den Boden abreißen. So. Und da stelle ich dann die Motoren her. Da allerdings auch wieder zwei wäre ganz gut, aber ich brauche dafür die Stäbe, also nur ein. So. Jetzt fangen wir wieder mit dem unteren an. Dafür brauchen wir Kapper und Schrauben. Das heißt, wir brauchen einmal einen Konstruktor für die Koffersheets und einmal einen für die Schrauben. Und ich brauche mindestens 52 eigentlich am optimalsten. Und mal sehen, Kubasheets ist Kubasheets. Okay. Warte, aber Stahl? Nee. Hm, 20. Okay. Mach hier das 20 aus Metall. Und das Schöne ist ... Jetzt brauche ich noch einen Schmelter. Das hier ist das Kupfer. Das ist das Metall. Das hier macht tatsächlich noch Sinn, aber ich sollte das Kupfer auf jeden Fall herleiten. BZW. Da arbeiten wir über Container wieder. Ja. 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 So. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist Kupfer, da können wir schon mal ein paar reinpacken, das sind Schrauben, da können wir keins reinpacken leider, aber auf jeden Fall, ja. So, warte mal, da fehlt ja noch. eine Sache, die ich wissen muss. MK3. Ich glaube, MK2 würde reichen. Das heißt, wo es hier... Genau, 6, 12, 18. Das heißt, wo es hier... 5, 6, und noch einmal, 7. So, das braucht 340, 345 Megawatt bräuchte das. 960, okay. Hat es jetzt? 438... 438 Megawatt bräuchte das. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich so viel Reststrom habe. Es wäre, glaube ich, aktuell vertretbar. Aber wir haben ja noch nicht mal alles dran. Wie gesagt, wie... Naja, fast alles. Temporär haben wir nämlich nur das hier fertig. Und ich brauche ja noch das hier. Dafür brauche ich die Statoren und die... Ja, wobei... Die Highspeed-Connectoren, die würde ich ableiten wollen. Gerade auch, weil ich Strom sparen will. Aber ich glaube, genau da ist das Problem aktuell. Ach, Scheibengleister. Und schon stirbt die Idee wieder weg. Das heißt, eigentlich muss ich das Rezept schon wieder gucken. Ja, AI-Limiter. Warte mal, brauchen die AI-Limiter nicht? Ironischerweise die Highspeed-Connectoren. Und deswegen bin ich... Nee, tatsächlich nicht. Aber, ja. Aber ja, da ist jetzt wieder das andere Problem, ne? Ja, gut. Dann kann ich erst mal gucken, nur, dass ich den Ressourcenschwung schon mal aufstocke. Was muss hier rein? Kupfer. Ganz, ganz, ganz viel Kupfer. Oh, wir sind schon wieder fast durch. Aber dann merkt ihr, wenn man auf Teufel komm raus versucht, etwas zu produzieren, dann kann das ganz schön happig werden mit der Produktionskette. Oh, wir sind schon wieder fast durch. das kann ja auch mal eben machen weil ja ich muss die sache sowieso auch nachfüllen von daher passt das so Okay, das läuft auch jetzt wieder ein bisschen mehr an. Was aber viel wichtiger ist, ich muss ja, wie gesagt, die Ressource ohne Ende haben. Okay, das ist ja, wie gesagt, die Ressource ohne Ende haben. Okay, wobei wäre es nicht noch einfacher gewesen. Ah, ich bin so deppert. Eine Produktion hätte weniger plus ich hätte... Wobei, ich glaube, man produziert mehr Sheets als man Kupfer... Nein, oder? Ah, doch. Man hätte mehr Kupfer-Sheets als... Ja. Gut. Mein Problem. Abschrauben... Ja, wäre es aber fast wirklich klüger, wenn ich das anders machen würde. Naja... Ist auch wieder mein Problem. Ich mache ja alles im Moment jetzt wirklich nur noch provisorisch, um halt irgendwie das Spiel zu einem Ende zu führen irgendwie, ne? Ist halt... Es ist einfach nicht gut, was ich hier mache, so gesehen. Okay. 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 Ja, gut. glaube ich mache den rest wirklich so da ich dann hier mit den containers arbeite da wo es geht wie viele habe ich denn jetzt hingebaut fünf na ja das muss ich über container lösen das heißt weil die highspeed connect von die da komme ich ja gar nicht das wird noch eine menge zeit in anspruch nehmen ich glaube ich muss wirklich mein ganzes system hier oben noch mal überdenken weil ihr seht ja es ist ein buntes wirrwarr aus laufbänden und abschweigungen und provisorien es ist einfach nicht feierlich wer weiß vielleicht wäre es auch cleverer wenn ich wirklich sage okay ich will jetzt diese produktion vorantreiben das andere problem ist auch wirklich noch das thema mit dem strom und ich sag mal so wenn ich damit durch bin hier mit damit hier mit dann kann ich aber auf jeden fall davon ausgehen da toren Na gut, ich habe mich doch wieder weich kochen lassen, gerade gedanklich. Ich hole mir jetzt mal eben diese Booster und ich sehe gerade meinen Tankwirtel am Sammler. Hier ist sorgenfrei herumschweben, ist zwar schön und gut, und ich sage mal so, Tankcontainer sind auch alle fast komplett voll, jetzt sowieso. Aber man muss ja auch zwischenzeitlich immer mal daran. Ich habe den Coupon schon mal wieder zwischenzeitlich gesammelt. Ach ja. So. Achtung. Bam. Jetzt produziert er 6,25 pro Minute. Also gleich. Moment. Und zwar jetzt. Stromverbrauch ist auch nur minimal angestiegen. Sollte es sich aber im okayen Bereich verhalten. Ja. Ja. Doch. Ist sowie. Oh. Oh. Money. Oh. Money. Ja. Mehr brauche ich temporär auch gesehen nicht. Das einzige was zum bisschen aus der Fuße kommen könnte wären die Sachen hier. Aber gut. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist eher, dass ich gerade gesehen habe, dass ich kein Gestänge mehr habe. Das muss ich auch mal nachpushen bei meinem Inventar. So. Ich würde sagen, ich bedanke mich trotzdem erstmal wieder recht. Herzlich fühlst du schon fürs dranbleiben und dabei sein. Ich mache jetzt doch mal frühzeitig gerade ein Ende von meiner Aufnahmesession. Ich wollte eigentlich so 200 Parts gefühlt aufnehmen. Ich merke aber gerade schon, dass ich nach dem... Ist das jetzt der dritte Part? Ja. Ziemlich ausgelaugt bin schon wieder. Erst recht, weil ich nicht das machen kann, was ich will. Ich muss wirklich mir eine akut große Fläche bauen, wo ich sagen kann, okay, ich kann erst mal, ja, pauschal das aufbauen und dann überlege ich mir das mit den Herangehen, wie ich da das heranführe. Bzw eigentlich müsste ich... Hier habe ich das Prinzip hier schon ganz gut gelöst mit dem Zusammenfinden. Okay, das mache ich noch ein anderes Mal, wie gesagt. Aktuell führe ich auch nur ein Rezeptgut da rein. Das wird sowieso noch ewig und drei Tage dauern, bis ich hier alles zusammengeführt reinführe. Dementsprechend kann ich das Prinzip hier eigentlich wieder abreißen, so gesehen. Ach, keine Ahnung. Es wird eine Weile dauern. Sagen wir es einfach, wie es ist. Aber gut. Ich bedanke mich, wie gesagt, erstmal fürs Zuschauen, fürs dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Starz. Haut rein. Und tschau. Tschüss